Als Shakira bemerkt, was Fan während ihres Auftritts macht, stürmt sie wütend von der Bühne. Miami, Florida, USA, am Wochenende begeisterte Shakira, 47, mit einem Überraschungsauftritt im LIV-Club in Miami, um ihren neuesten Song Soltera zum Besten zu geben. Leider musste sie ihre Performance nach nur wenigen Minuten abbrechen. Doch was war genau passiert? Wie in Videos zu sehen ist, die via X und YouTube geteilt wurden, stand die Künstlerin eigentlich mit einem strahlenden Lächeln auf der Bühne, bewegte ihren Körper im Takt der Musik. Doch dann sollte die Stimmung schlagartig umschlagen. So schien die 47-Jährige bemerkt haben, wie ihr ein Zuschauer mit der Handykamera unter den Rob filmte. Verständnislos schüttelte sie den Kopf, bedeckte ihre Beine mit den Händen und gab ihm ein Zeichen, dass sie ihm im Blick habe, bevor sie sich wieder dem Rhythmus des Songs hingab, jedoch nur für wenige Sekunden. Kurz darauf scheint sie den Übeltäter nämlich erneut dabei zu erwischen, wie er dreisterweise zwischen ihre Beine filmte. Genug für Shakira. Sichtlich genervt machte sie eine Handbewegung, die ihrem Team verdeutlichen sollte, dass sie fertig mit dem Auftritt war. Anschließend verließ sie die Bühne, ließ ihre vernünftigen Fans, die nur gekommen waren, um die Musik zu genießen, sichtlich enttäuscht zurück. Traurige Fans können sich freuen, bald steht Shakira wieder auf der Bühne. Ein Blick auf Social Media zeigt derzeit jedoch, dass sich die Ernüchterung nicht etwa gegen die gebürtige Kolumbianerin richtete, sondern gegen den Zuschauer ohne Manieren. Das ist einfach mehr als ekelhaft, waren sich die meisten Online-Nutzer einig. Dass deswegen der Auftritt komplett abgebrochen werden musste, fanden die meisten zwar verständlich, dennoch wirklich schade. Ein kleiner Wermutstropfen für traurige Fans, schon bald wird Shakira im Rahmen ihrer großen Welttournee. Iwan Jupiter ai 52. Die Staates DTE Wermutstropfen für traurige Edgar Morgan. .... —